herzlich willkommen im zweiten teil im zusatz nächste aufgabe wäre er haben wir fertig über die hilts interessante orte dafür noch drei stück das ist nicht gemeint kann das ja dass die diesen gemeint weil habe ich 1 1 2 der tresor hier ansonsten wüsste ich nicht was hier interessanter ort ist er schließt sich mir nicht die mission die wir machen neben quest hollywood orte fehlen noch vier stück oder zwei quest die kunst des krieges noch militärkram und nadja würde sagen ab in die u-bahn militärkram und nadja finden krimine hin oder was die train cars und diego ja ich jetzt verkaufen können intelligent andere sache wo ich habe da wenig bock drauf ich werde so erst damit hier drin soll schlachter sein ich draußen ich sehe noch kein schlachter ein gutes zeichen so weg mit dir das gehört aber mit dem waffen arbeiten können es gut ansonsten ist jetzt schwierig ist das direkten abzug für toiletten mit dem turbo ist praktisch hier hier ich weiß den namen nicht von dem heißt der mutator sondern keiner von den Ich bin hier in der Schule. Ich bin hier. auch schon wie lange hätte der letzte hoch oder runter ja gesagt oh gott zwei stück ich bin gesprungen aber er hat mich noch geboxt vorher nicht so schlau ich habe einfach drei gekillt das ding hat booms yo ja das schluss ganz Okay. Jawoll. Ich sag ja noch. Sag, Schlachter nicht kommen. Diese Mutantonen. Die Träume ist nicht so schlimm. Ich werde den... Ja, mach ich. Oh ja. Komm, mach mal direkt. Komm rein. Ja, geil. Geil. Oh, ich dachte gerade, das wäre wieder so ein Schlachter. Hä. Ui. Was war das gerade für den Hang? Ich glaube, wenn da jetzt niemand kommt. Oh Gott. Ich bin sicher. Mal gucken noch mal. Wie ist das hier? Okay. Okay. Ah. Ausschalten. Okay. Da kann man auch entgegenschießen. Perfekt. Aber jetzt haben wir das Problem. Es ist Strom da. Perfekt. Was haben wir drin? Ah, ne Spitzhacke. Super. Oh Gott. Ich habe noch mal Munition. Ich muss geradeaus. Was ist denn jetzt hier links? Da müssen wir gar nicht hin. Es gibt keinen Grund, da hinzukommen. Äh, hinzugehen. Also, gehen wir auch gar nicht hin. Aber. Alles voll. Hier rein? Okay. Ich habe die Vorräte der Gang. Gut. Hier ist nichts. Äh. Wow. So gut, ey. Die DVD habe ich untersucht. Alles klar. Du kriegst mich nicht. Nicht lebend. Latsch. Okay. Ich hole dring Munition. Ich spare mir das jetzt auf. Ey, ich spare die Munition jetzt. Kampfhaft. Oh. 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 Taktik gut. Taktik gut. Oh. 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 Das ist jetzt. Oh. 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 und jetzt auch das ist eigentlich voll was aber eigentlich nicht stimmt und ja man sollte nicht unterschätzen jetzt ist der batterie mit nach haus jetzt mal ernsthaft tatsächlich machen okay es versteht versifte u-bahn schlüssel gott Soll ich damit kämpfen? Ja. War das jetzt versiffte U-Bahn? Ich glaube schon. Also ab hier rein. Okay. Wo bin ich denn jetzt gelandert? Oh, sehr gut. Ich bin jetzt hier rechts. Nein. Kein Unterschied. Wunderbar. Schön durch den Kopf. Ach, das ist ein großer. Ja. Rest in Peace, DBD-Klue. Ja, voll. Oh, DBD-Kiss. Und was noch besser ist, ich kann jetzt endlich hier Position herstellen. Feuer noch reparieren. Erstmal wegschmeißen. Geh sie zurück zu Rosa. Das wird die Teile flogen. Gut. Ich weiß, wo gehen wir jetzt hin? In welche Richtung? Am besten direkt hier raus, oder? Ich glaube schon am besten. Oh nein, wir müssen sowieso in die Richtung. Ah, ver-p... äh, ver-piste... Ver-piste... Ver-piste Person. Ver-piste Person. Ver-piste Person. Ach. Ich will nicht. da geht es nicht nur aber da nicht einfach abkürzen leute ich ramm mich hier durch ich höre was was ich nicht hören möchte so wie es aussieht ich hab's gehört oh nö wo kommt dieser klopf her lag auf einmal neben mir zum klopf wo kommst du denn hier ich suche nadja wenn ich kenne hier bitte ich will ich nicht sehen ich habe gerade ganze meute aufgeweckt oder die richtung ist alles raserei anzeige voll erhitzt wurde ran zu achten ok was ist hier mit schaden kostenreduziertigkeit nicht durch schon wieder warum sind die so oft das bedeutet ruhe einfach in frieden lassen mal einfach in frieden lassen schau ok hier hier ich weiß nicht ob ihr wisst wie anstrengend das ist es ist auf jeden Fall anstrengend spielen ok hier ist es nicht das heißt das erste hier hier oh Gott ah ich weiß 3 mehr zu gehen Du weißt nne Einschuss so wo ist die andere Nummern Du weißt schon, was man nicht auf YouTube sagen sollte. Soll ich das verloren? Weg mit dir. Gut schon. Jo. Ach klar. Äh? Gut. Er hat schon fast umsonst so aufgebraucht. Hier drin. Wie viele gibt es hier? Ich finde so viele Sachen. Weg mit dir. So, die Frage ist, wie viele fehlen anderen? Oh man. Hier ist keiner? Wie weit geht das? Okay, es geht da hin. Oh man. Waspen hier? Wo ist er? Na, das ist ja auch. Ich weiß jetzt schon, ich habe keinen Bock auf die Trüten, den geht man wahrscheinlich. Okay, Nadia. Wo hast du das Nummer-Klue? Wo ist keiner? Jo. Okay. Ich wusste es, Junge. Ich weiß diese Clowns, ich, äh, ich glaube das ist Hans. Es gab nur einen Clown und der Rest sind Fungs. Ich kann die gar nicht ab, ehrlich. Das ist einfach eine Spitzhacke, Spitzhacke. Die haben jetzt eine Funktion. Ich habe volles nur Respekt, wenn sich das jetzt gibt, die ganzen, die ganze Aufnahme. So, du. Oh, die hat es weggeschippert. Die Frage ist, wo ist jetzt die Nummer? Geh hinten. Okay. Hier ist auf jeden Fall keine Nummer. Hier. hier. Hier, bin ich dumm oder ich sehe keine Nummern? Warte mal, was ist das rot? ok eine fehlt noch die andere seite sind wir noch nicht ich wusste es die können ja gestorben bleiben die viecher bitte bei denen drei nicht solche clowns nicht so viecher dann habe ich keinen bock auf diesen teil direkt in die richtung ja kein grund mehr hier hinten zu sein okay okay ja und da war naja ist nicht mehr doch richtig oder ist nicht richtig wir brauchen zu viel Munition dann gucken wir mal welche Quests wir machen müssen noch oh gut das wir alles hier gemacht haben ich weiß nicht diese Geldkassette hier, ob wir die wirklich machen müssen weil derzeit haben wir noch keinen, da müssen wir speziell nachschauen Dennis Beach verfügbare Quest ja klar nochmal Dennis Beach am Tag schauen wir mal was wir kriegen da 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 Das ist gut. Essen! Klorin-Chicken, Antibiotik-Beef. Es ist alles drin. Das ist wirklich nicht die Infektionste Sache, Sonne. Aber ich bin im Markt für ein paar von diesen Gunk. Ich denke, ich weiß, wo man die gute Sachen bekommt, ja? Die größten Zombe, das ist wo. Du musst aufhören, das Mann-Mann-Kump. Die Rohde-Soak-Douche-Bags werden Gunk-Mines. Das ist eine schrecklichste, aber akurate, Phrasein. Ja? Und wie, die Säure-Haltball? Es gab schon Jahre toxische Waste. Ich meine, es muss schlechte Turkeen in diesem Oven sein. Oh, die beste Vendys, Mann. Ich zeige ihn aus und bringe ihn dir etwas aus dem Gift-Shop. Ja! Ja, du siehst ihn, oder? Gm-Foods, Mann. Organspende? Was ist denn mit den ganzen Objekten los? Hm? Diese Gespräche. Was ist hier jetzt? Achso. Verfügbare Quests. In die Richtung. Mal gucken, was da ist. Soll ja irgendwas in die Richtung sein. 200 Meter in die Richtung. Das ist doch die... Ist das nicht der Turm? Wo ist das denn? Ach, Mann. Hinter mir, oder? Er ist hinterher und dann ausweichen. Habt ihr es jetzt? So, fertig. Kann man so nicht helfen. Du auch? Olli? Mensch... S- Das Schade-Things- attaches zuh ... Wait. Ist das da vorne? Genau. Hm. warte mal ja natürlich das ist damit gemeint gut da habe ich gleich gehabt bei der Ski-Bolse Ernsthaft? Ich würde mich einfach nur... Ich würde das hier machen. Und dies? Ach Gott. Wenn die auch noch? Ich hab doch geradeaus... Also beglockt. Du block, du blockst. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Kommt schon, Leute. Darf rumzuschreien, Sache moll. So. Habe ich jetzt Pause? Danke. Erstmal Energy, Chemikalien dazu. Gute Mischung. Ist da noch was? Ist das Safe-Schlüssel? Ah, nee. Da hab ich schon safe geknackt. Okay. Gut. Jetzt eigentlich genau in die andere Richtung. Wir gehen aber kurz zu dem Turm. Ich hab Bock auf Geld. Ja. Natürlich. Nein. Wie kann man so Pech haben? Hey. Ernsthaft? Ach. Tief. Ja. Ach. 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 Ich weiß gar nicht, wie ich hier reinkomme. Ich muss hier rein. Achtung rein in den Turm. Okay, gut. Jejei, wie viele ich verbraucht habe. Okay, gut. Ich weiß nicht, wie viele. Ja. Ich weiß nicht, wie viele von uns geschrieben haben. Okay, ich verstehe. Und du kannst es nicht nachdenken. Ich kann mich nicht verbrauchen. Okay. 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 Dann erstmal alles auffüllen. Kaufen. Ja. Richtung Osten. Richtung Osten. Also hier lang. Oh nein, 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 nein. Warum siehst du mich? Welchen Grund gab es, dass man mir einen schlechter noch her schickt? Welchen Grund? Gar keinen. Konvoi? Ist das der? Ja. Ja, ist er. Ja, ist er. Ja, ist er. Ja. Ja. Ich denke, es ist im Sand. Oh Gott. Oh. Halleluja. A key, a key, my kingdom for a key. Watch it. Hostiles to your north. One day. Okay. Get ready. Get ready. Stop it to the south. 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 Look sharp. They're coming from the east. Oh. Look sharp. They're coming from the east. Oh. 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 Hyst. Come on. Take what I want. Annen es 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 Heads up! Foppets coming from the west! Ja, komm! Warte, Schwede! Tja! Tja! Jawoll! Schlechte Karte, erstmal gucken, was haben wir denn da? Hinterlasse einen bleibenden Eindruck mit einer Faust. Hä? Wow! Tolle Karte! Oh ne! Sehr gut! Schön alles nachladen! Ja, die wäre exquisit! Rückert in den USMC-Kommunikationsbereich vor. Für? Gibt es einen Grund für? Ok, mach mal! Sehr gut! Ah! Gut, jetzt bringen wir das jetzt? Weg damit! Also, hier muss ich hin! Gut, bin ich! Noch was! Ich bin bereit! Ich wusste es! Ich bin riesig, Satz, lord! Natürlich Lass mich Warum müssen wir schlechter dabei sein ich möchte es nicht als das schlimmste was man machen kann bei mir das schlechte sind einfach nervig keine angst oder so was signal jamming detected uplink failed so much for coms rodriguez you read me copy got a problem signals being jammed impossible that's going straight up to a dedicated satellite I'm just a shitty messenger find this gear in the world my kein plan was er gesagt hat kommunikationssprache aber wie ich hab das kennst du schon was gebracht jetzt hier auch was mitmachen was was man sammeln kann das war dieses ist rot das macht für mich keinen sinn ok ich bin gesprungen so kollege etwa ganz schön bei flach du echt jetzt ja 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 Ah, semi intelligent, sag ich mal so. Mein Gürtel. Ich muss hier rein, oder? Ja. moment mal ich konnte eben da lang ok ok treffung am turm wenn es so ist dann würde ich sagen mach mal die andere mission ich werde einfach stehen, dann gibt es weniger weh um die soldaten zu ehren aber währenddessen klopp ich alle soldaten mit dem vorschlag haben wir weg volle ehre er sei richtig dazu ich werde es nicht verletzen ich könnte es jetzt verfolgen aber ich möchte erstmal die mission hier verfolgen organspende die stufe ist auch rechts hier dann erstmal hier raus und nach dahinten ich bin ich wieder voll das ist Müll 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 weg mit dir nein 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 so eine waffe gegen die warte warte und der spuka Und ich habe nur noch einen Zocken gelegt. Ui. Schön. Uah. ist er hier rein Achso, da dann. Gobbel, gobble. Einmal ausschalten wieder. Okay, was ist denn jetzt meine Aufgabe die ganze Zeit hier drin? Frage dich, Fähigkeiten, noch tiefer in die Abwässerwäsche. Achso, doch richtig. Hier. So. Jawohl. Hallo. Bete. Läuwe. Fisch. Wäldig. 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 Wäldig diese Lumps-O-Gunk in Trents' face. Wäldig. 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 Oh, he's comin. Nee, danke. Oh. Ah, was liegt hier? Anna? Hey, sweetie. Reads should stop running by for this time. If it wasn't for your father trying to steal another piece of water from a dump truck, you'd be probably seeing us right now. It's clean, I told you. It ain't happening to me. I know you made it into the evacuation zone and the Santa Monica Pier. That's where we're headed to. And I know your father says some stupid things, he knows he was wrong and is an idiot, and he's sorry he made you run off. Hey! As if I was the one who told her we needed to get ready to make some hard choices. Whatever that means. In 200 feet, turn left. Okay. I just want us to be together and we love you so much. Don't miss the turn this time. Do you want to drive in this? Shit! Just go faster. They're already dead. I know they're dead. Turn left. Turn left! Turn left where? Right there. Turn. Turn! Turn! Whoa! What are you doing? This is a fucking beach! You said turn! Then on to the beach! Make a YouTube. What do we do? Through that gap. What gap? There! Go right! Go right! Hey, it's too many! Just do it. I can't! Turn! Shut up! Shut up! You have arrived at your destination. Oh man, so eine Ironie. Wie es weitergeht, seht ihr jetzt in Teil 3? Lasst gerne ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin! Tschö-lü! Für die ganze Zeit. whenете! Die sind auch drauf. as ihr werfen. Pas K de